Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungen in der Alternativmedizin. Heute haben wir das Thema Menstruationsprobleme. Wir haben immer mehr Frauen, die dieses Problem haben, immer mehr auch junge Frauen. Deshalb wollte ich dieses Thema nochmals aufgreifen. Herzlich willkommen, Robert Kaczynski, mein Co-Moderator. Grüß dich, Daniel. Schön, dass du wieder da bist. Menstruationsprobleme, ich meine, wir hatten das Thema schon, aber wie gesagt, kommt ja häufiger vor, wie du ja selbst weißt, aus deinem Therapeutenkreis. Mich betrifft es nicht, aber sicherlich ganz viele Frauen. Vielleicht nochmal kurz zum Einstieg. Wie entstehen Menstruationsprobleme? Eben, das ist mal ganz, ganz schwierig, weil grundsätzlich geht man mal davon aus, dass es eine Störung der Hormone ist, also der Geschlechtshormone. Das ist auch absolut richtig. Wir haben eine Störung der Geschlechtshormone, aber wir sind viel komplexer als das. Und weshalb ich die Sendung heute nochmals gemacht habe, ist, weil mir auffällt, dass immer mehr Frauen unter 25 Menstruationsprobleme haben. Und zwar kann man dann davon ausgehen, dass da primär andere Sorgen da sein müssen, weil in der Jugend sind die Hormone noch so kräftig, dass sie eigentlich nicht unbedingt direkt, sagen wir mal, Menstruationsprobleme machen müssten. Das heißt, die Hormone sind im Zusammenhang von der Menstruation, also diesen Problemen, aber wenn ich dich richtig verstehe, nicht die Ursache, sondern es ist noch etwas untergelagert, was zu diesen Hormonschwankungen führen kann. Und die Ursachen sind ganz komplex. Man kann mal davon ausgehen, dass alles mit Stress zusammenhängt. Man muss den Stress aber definieren. Also sehr viele Frauen, auch heute, sind natürlich im Doppelmandat. Also einerseits möchten sie Frau sein, andererseits möchten sie Familie und sich entwickeln beruflich. Und in dieser Zeit ist der Druck auf diese Frauen im Stressbereich jetzt immer grösser. Und ich glaube, wenn man den Stress von außen nimmt, hat man auch den Stress von innen. Immer mehr nimmt man sich zu wenig Zeit, um eine gute Balance zu haben zwischen Arbeit und Freizeit. Der Druck wird immer grösser und wir haben da ganz verschiedene Problematiken. Einerseits, sagen wir, von der Ernährung her, also nur kurze, schnelle Ernährung, Zucker hoch und solche Sachen. Und auf der anderen Seite immer mehr Stress im Bereich Elektrosmog, Vergiftungen im Ganzen, nicht nur jetzt chemisch betrachtet, sondern auch schwingungstechnisch. Und was ich einfach beobachte, ist, dass immer mehr Frauen schon jung Immunprobleme haben. Das heißt, der Stress auf das Immunsystem wirkt. Ja, ist ja hochspannend. Also die ganzen Punkte zusammengefasst sind eigentlich der Lebensstil, der ja immer hektischer wird. Wie gesagt, man möchte einerseits die berufliche Karriere vorantreiben lassen, auf der anderen Seite gibt es ja diesen Kinderwunsch. Und das macht natürlich dann auch schon Sinn. Du hast ja viel zu tun. Der Tag ist ausgefüllt mit den familiären Verpflichtungen, mit den beruflichen Verpflichtungen. Denn da bleibt natürlich die Ernährung irgendwo auf dem Weg stehen. Die Belastungen sind ja halt immer da. Was hast du jetzt so herausgefunden? Was könnte da helfen, den Frauen etwas zu kompensieren? Weil man kann ja nicht schlecht sagen, du musst jetzt den Beruf zurücktreten oder du musst jetzt vielleicht dein Kind mal abgeben zur Kita etc. Was sind so deine Erfahrungen? Die sind ganz unterschiedlich. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass bei den Frauen unter 25 der Stress die Hauptursache ist, müsste man schauen, was hat denn der Stress jetzt gemacht. Also bei den einen ist der Stress im reinen Nervensystem geblieben. Da haben wir wirklich nervenliche Entzündungen. Da haben wir das vegetative Nervensystem Tag-Nacht-Rhythmus, der schon nicht mehr stimmt. Wenn der Tag-Nacht-Rhythmus nicht mehr stimmt, haben wir automatisch Hormonprobleme. Weil schon da haben wir die Hormone, die sich auf- und abbauen müssen, stimmen schon nicht mehr. Und wenn das im Nervensystem bleibt, ist es noch in Anführungszeichen relativ harmlos. Das vegetative Nervensystem in den Griff zu bekommen, ist deutlich einfacher, als wenn es einen Schritt weiter, nämlich zum Immunsystem geht. Ja, im vegetativen Nervensystem haben wir zwei Modis, die uns die Natur geschenkt hat. Parasympathikus, Sympathikus. Der eine ist der aktive, der andere ist der passive, so würde ich das verstehen. Genau. Das heißt, es würde ja bedeuten, sich wieder zurückziehen. Also wenn man das Bewusstsein hat in diesem Fall, dass man sich von diesen Verpflichtungen merkt, okay, das ist zu viel, zieht man sich zurück und sorgt dann mehr für Entspannung. Ist das wirklich dann auch so einfach, dass man sagt, okay, ich arbeite jetzt weniger, ich trete zurück oder schlafe länger, weil dann bin ich ja im optimalen Fall auch in diesem Entspannungsmodus. Würde das alleine schon helfen? Ich glaube nicht, weil wenn wir ehrlich sind, ist das ja die spannendste Phase des Lebens. Man hat erst einmal Hormone, die kommen, also man hat die Sexualität, die kommt. Also die spannendsten Jahre, auch für junge Frauen, sind ja zwischen 15 und 25. Da geht die Post ab und genau da ist die Situation, dass es eben entgleisen kann. Ich kann mir nicht gut vorstellen, dass wir da mit gut Zureden auf dem vegetativen Bereich jetzt in eine Beruhigung gehen kann. Da erreichen wir nur eine Minderheit der Menschen, die da wirklich bereit sind, sagen wir mal, in einem vernünftigen Maß hier umzugehen. Es ist ja eher umgekehrt, dass die jungen Menschen heute immer mehr ihre Grenzen ausloten. Ob jetzt das jetzt mit Alkohol ist oder anderen Sachen, ist dahingestellt. Aber ich glaube, dass in dieser Phase, wo man das alles erleben will, ist es ja das Überborden ist ja auch ein Teil des Lebens, dass man das einmal erlebt hat. Und es geht hier darum, für mich als Information für die Klienten, dass man das Immunsystem auch beachten muss, weil wenn man Stress hat und das Stress anhält, das heisst, wir reden dann von Monaten und sogar Jahren, dann kann es sein, dass das Immunsystem runterfährt und wir dann wirklich Probleme bekommen im Immunsystem, ob das jetzt Viren sind oder Bakterien. Wir sehen das ganz, ganz oft, dass junge Frauen die Schleimhäute schon sich nicht mehr gut aufbauen. Das hat schon mit dem Darm zu tun, das ist ja die grösste Fläche der Schleimhäute. Und dass wir da sehen, dass wir an und für sich durch den Stress, nervlichen Stress, durch den physischen Stress, auch einen immunologischen Stress bekommen und plötzlich falsche Darmbakteriensiedlungen bekommen. Also wir haben dann plötzlich Bakterien, die Entzündungen machen und die natürlich dann den ganzen Hormonstoffwechsel stressen und stören können. Das heisst, es herrscht bei den meisten Klienten, die du beobachtest, systemtechnisch ein gewisses Chaos. Also es ist ja jetzt nicht nur die eine Ursache, wie wir ja schon besprochen hatten, dass es nur eine Sache ist, sondern es ist auf mehreren Ebenen ein Problem. Wenn du deine Klienten da jetzt in der Richtung diagnostizierst, beziehungsweise die Klienten kommen ja meistens schon mit der Symptomatik dieser Selbstwissen, dass es da Probleme gibt, wie würdest du therapeutisch da jetzt vorgehen? Würdest du jetzt gezielt, okay, wir versuchen, dieses Menstruationsproblem nur rauszubekommen oder guckst du auf den ganzen Körper, da sind Baustellen da und versuchst erstmal die Baustellen zu korrigieren? Die meisten Klienten, die sehe ich ja gar nicht mehr persönlich. Die meisten Klienten schicken mir ein Porträt per Mail und schreiben mir die Symptome dazu und ich teste über Surrogat, kinesiologisch, wie ist die Situation? Und da ist meine Erfahrung da, dass wir eben zuerst Nervensystem und Immunsystem korrigieren müssen, besonders bei jungen Frauen, die solche Menstruationsprobleme haben. Und wir tun dann zuerst schauen, wie können wir das in den Griff bekommen und zum Glück kann man wirklich sagen, in allermeisten Fällen ist die Verschiebung, und die immunologische Verschiebung nicht so dramatisch, dass man hingehen müsste und sagen müsste, ja, wir müssen da schon mit Reiftech, also die Viren töten oder die Bakterien töten. Meistens ist die Kraft, die Energie der jungen Menschen noch so stark, dass das problemlos auch mit anderen Mitteln geht, also mit Stoffwechselmitteln etc. Viele von diesen Frauen, die auch hormonelle Probleme haben, die haben auch oft Unverträglichkeitsprobleme, also das heißt, sie haben schon Allergieprobleme oder sie haben schon Probleme mit 3G, 4G, 5G. Es ist unglaublich, wie die jungen Menschen mit dem Handy umgehen und wie sorglos sie damit umgehen, weil sie nicht sofort etwas spüren. Und all die Sachen, die teste ich. Und wenn ich, es ist meistens ist die Menstruationsproblematik in zwei Phasen gegliedert. Die erste Phase ist, das Nervensystem und das Immunsystem zu harmonisieren, besonders über die Schleimhäute, die Darmschleimhäute, natürlich auch über die Scheidenschleimhäute, wenn das sein muss. Und in einer zweiten Phase die Hormone zu harmonisieren und das machen wir dann mit einer speziellen Therapie, also alles homöopathisch. Und da tun die Klientinnen selber ihre Homöopathie in Wasser auflösen, auf den Körper übertragen und mit einer Creme ganz schön fein einwirken lassen. Der Vorteil, dass wir da haben, wir können auch, wenn es wirklich Probleme in der Darm und in der Scheidenwand gibt, direkt in der Scheidenwand die Creme anwenden. Wir haben also auch eine örtliche Thematik, die wir so lösen können. Und zweitens ist, alles, was wir Homöopathie über die Haut transportieren, hat eine ganz andere Wirkungsweise. Das heißt, es bleibt viel länger im Bindegewebe. Die Information bleibt im Wasser viel länger vorhanden. Wenn wir schlucken, dann wird es sofort vermischt mit der Magensäure, wird sofort vermischt mit anderen Stoffen, die wir im Magen haben. Nur ein kleiner Teil, der über die Lymphe wirklich transportiert wird, wird dann wirklich informativ ankommen. Über die Haut, wenn wir uns vorstellen, wir haben 12 Quadratmeter Haut, wenn wir dort applizieren, haben wir eine ganz andere Wirkungsweise. Und die Erfolge sind auch viel, viel deutlicher, weil wir tun nicht natürliche Hormone geben, schon gar keine künstliche Hormone, sondern wir geben wirklich Homöopathie, nur Information. Das heißt, die Kraft der Heilung, ein vegetatives Nervensystem und Immunsystem, geben wir über Stoffwechselprodukte. Von innen, da kommt die Kraft. Und von außen geben wir die Information über die Haut, dass der Körper sich wieder ausgleichen kann. Das heißt, du hast mehrere Möglichkeiten, du hast viele Dinge jetzt angesprochen, wo du individuell auf den Klienten das abstimmst, was am besten auf ihn wirkt. Wie sind so die Erfolgsraten, sage ich mal, kann man das abschätzen? Absolut. Also das heißt, nur die schweren Fälle müssen dann wirklich zu einem Therapeuten oder ein Gerät mieten. Das sind dann die ganz schweren Fälle, die dann umkippen in eine Endometriose. Also das geht dann weiter. Es gibt auch sehr schwere Fälle, die muss ich zuerst zum Arzt schicken, weil sie Hypolypen haben und Zysten, die man wirklich beobachten muss. Ist klar, das muss der Frauenarzt anschauen. Das kann ich nicht so einfach diagnostizieren und anschauen. Das Einfachste ist einfach, dass die Klienten, die sie interessiert, dass sie auf meine Internetseite gehen, die, die mehr Informationen wollen, die können sich mein Buch umsteigen, können sich kaufen. Da stehen alle Informationen drin. Und wenn man auf die Internetseite geht, dann kann man eigentlich alles finden. Also ob das Thema Menstruationsprobleme oder Bauchweh ist oder egal was, dort findet man alles. Ja, klasse, wunderbar. In diesem Sinne, vielen Dank, Daniel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Also wenn Sie sich selber helfen wollen, die Internetseite heisst Selbergesundwerden.com. Dort finden Sie alle Informationen, also ob Sie Videos suchen, ob Sie mein Buch suchen, egal was. Alles, was ich jemals geschrieben oder gesagt habe, ist dort sichtbar oder auffindbar. In dem Sinne freue ich mich, wenn Sie mich besuchen und wenn Sie wirklich etwas umsetzen möchten, dann freut mich das umso mehr. Dann schicken Sie ein Portrait mit den fünf wichtigsten Symptomen. Hier ist natürlich klar das wichtigste Symptom Menstruationsprobleme. Aber, und das ist ganz wichtig, Menstruationsprobleme, bin ich dann froh, wenn man sagt, ja, ich schlafe schlecht oder umgekehrt. Ich habe Umverträglichkeiten. Egal was, ich muss wissen, in welchem Zusammenhang das diese Menstruationsprobleme sind, weil ganz, ganz selten sind die Menstruationsprobleme ganz alleine da. Und wenn man über 25 ist, darf man selbstverständlich auch kommen. Dort hat aber die Thematik Hormone deutlich auch mehr Gewicht. Dort müssen wir auch meistens bei älteren Personen ab 25 länger therapieren als bei jüngeren. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiederschauen.